Das passt ganz gut, da brauche ich gar keine Stoppuhr stellen, denn es sind genau 10 Minuten nach Beginn unseres Livestreams. Das war der Anstoß zum Spitzenspiel in der Oberliga. In der Schnittstelle der Viererkette nimmt nochmal Weg mit... 2-9! Nachstoß, Lipinski, Tor! 1-0 für die KFC! Schuss von Mengen, kann nur nach vorne abgeprallt werden vom Schohüter bei den Fellbattern, da hatten sie viel zu viel Raum. Abfahrt zum Jubeln wäre am besten gewesen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass Fellbatter nicht jubelt. Ausgleich durch... Wer war es? Robin Hilger. Robin Hilger, Mitte 17, steht am langen Pfosten. Jetzt auf Kenia, sehr schön gesehen von Gianluca Rizzo. Auf Kenia, Rechtsaußenposition, geht ins 1 gegen 1, kommt vorbei, ist jetzt am Strafraum, kriegt er den Ball jetzt vernünftig rein. Tor! Tor! Lulis Mouadden mit dem 2-1! Super Vorarbeit von Lehmann! Kenia, der den Ball zurücklegt und Mouadden sieht die Lücke auf der linken Seite unerreichbar! Sechste Ecke für den KFC in den Rückraum gespielt. Da steht Kai-Bastian Evers, flankt an den Fünfer, die ist gut! Tor! 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 3-2-1 für den KFC! Und das war Schuter Rader, wenn ich es gesehen habe, der den Fuß am langen Eck rann ist! Bin heiser durch die Torschreie, egal, Wahnsinn, endlich belohnen wir uns! Glücklicher Bio-Electra-Sponsor, Jörg! Und Bio-Electra Magnesium feiert mit dem KFC Uerding den 3-1-Sieg gegen Vellbert! Der Tabellenführer ist geschlagen und die schlimmen Situation, die wir uns ausgemalt haben, erstmal abgewendet. Nee, ich mach's nicht nochmal. Ähm, ja, hier könnt ihr euch eine Playlist anschauen, da gibt's ein ganz tolles Video von uns und da könnt ihr uns abonnieren. Und dann, Und dann,